So, da sind wir wieder. Und diesmal auf Kashyyyk. Ähm, aggressive Verhandlungen. Die Wookies widersetzen sich weiter unserem Angebot. Jetzt werden sie den Preis dafür zahlen. Zerstören Sie mit einer Legion die Handelswiederlassung auf Kashyyyk. Die Wookies haben unsere Handelsrechte verletzt. Wir müssen ihnen eine Lektion erteilen. Zerstören Sie die Wookie-Handelssiedlung auf Kashyyyk. Unsere neuen Superkampf-Truinen stehen zur Verfügung. Ja, die werden wir doch gleich mal benutzen, wa? Count Dooku wird sich in dieser Schlacht unterstützt. Nur gute Nachrichten heute, wa? So, machen wir mal auf Start. Kashyyyk. Irgendwo rechts oben mit grünem Nebel im Hintergrund. Und viel Wasser. Oh, nur Wasser. Naja, nicht ganz. Okay. Superkampf-Truinen. Wookies sind ein bisschen zäh, finde ich. Mal gucken, ob wir die klein kriegen mit den Superkampf-Truinen. Der sieht ein bisschen anders aus als die anderen Truinen. Und er hat sogar Raketen. Das ist ja mal sehr erfreulich. Da müsste man halt nur noch treffen können, wa? Also der ist praktisch hier... Oh, ein Dreifachschuss. Also er hat einen Raketenwerfer, einen integrierten, ein Dreifachschuss und keine verstärkte Panzerung. Ja, die Wookies sind so ein bisschen Tank-mäßig. Äh, als Rebellion kann man die auch nehmen. Als Spezialklasse und die fressen, glaube ich, anderthalbmal so viel wie reguläre Truppen. Oh, wir werden hier in die Defensive gedrängt. Wir haben schon einen Kommandoposten verloren. Aber wir sollten ihn noch einnehmen. Ja, also Wookie-Kampfgeist halt. Mit ihrem Blitzwerfer. Ja, den haben wir verloren. Ah nein, wir bleiben ja hier mit einer Klasse. Immer und ewig. Und immer. So, da sind Häuser. Wookie-Häuser. Was ist das? Und was ist das? Sind das Antennen? Ist man hier so ein Wookie bemerkt? Ist halt alles zu spät. Hier ist ein Loch. Warum schweben die Baumstämme? Naja, vielleicht hat Count Dooku danach geholfen. Wobei das Quatsch ist. Der würde doch niemals in so einem Kampf gegen so eine kleine Wookie-Außenposten mitmachen. Aber... Gut. Logik war noch nie die Stärke hier. Wir werden hier gleich sterben. Wieder mal. Ich... Ja, ich hab das im Urin. Ja, und da kam der tödliche Schuss. Also... Ja, inwiefern man halt als Soide sterben kann, ist ja jetzt eher nebensächlich. Oh, hier, Fackeln mit Feuer. Aber das Feuer scheint auch zu schweben. Na gut. Alles hier ein bisschen von der Macht angehaucht, ne? Die Macht ist mit euch und so. Und da ist ein Raumschiff. Das will ich haben. Warum... Ich will das fliegen. Na mal gucken. Vielleicht schnappen wir uns das gleich noch. Wenn wir nicht verlieren. Oder so ähnlich. Ah, das ist... Der Angriff kommt ein bisschen ins Stocken. Würde ich meinen. Da ist Kaunduku. Und dem können wir doch gleich mal zugucken. Das hat... Na egal. Der... Ah, jetzt hat man's gesehen. Habt ihr gesehen? Eben hatte der noch nichts in der Hand. Und auf einmal poppt da so ein Lichtschwert auf. Und der lebt es nach. Habt ihr gesehen? Hat das Lichtschwert nachgeladen. Oder Laserschwert? Oder Lichtschwert? Ah, ich dachte schon, er hätte mich getötet. Aber es war dann doch der Wookie. Wir verlieren hier einen Kommandoposten. Na guck mal, wie wir hier alles reihenweise niedermähen. Für das... Ja, Imperium wollte ich schon fast sagen. So weit sind wir ja noch nicht. Für die KOS. Das hört sich irgendwie nicht so cool an. Wenn man so ruft, für das Imperium. Das... Hm, das hat schon eher was. Gut. Und da kam dann alles doppelt zurück. Und wir verlieren hier wirklich noch, wenn wir nicht aufpassen. Ähm... Hier, wieder schöne Berge in der Landschaft von Kashyyyk. Aber irgendwo... Irgendwie war da auf Kashyyyk so solche... Eigentlich sollten da doch solche 1000 Meter Bäume rumstehen, oder? Die so unendlich groß sind. Warum stehen die hier nicht rum? Kashyyyk ist eigentlich ein Dschungelplanet. Laut Star Wars. Mit dem... Aber wie hieß denn? Ich glaube, Woshri... Woshri-Bäume? Das sind die Bäume. Die irgendwie 1000 Meter hoch wurden. Und darauf hatten die Wookies ihre Häuschen gebaut. Tja, hier nicht. Hier sind das bodenständige Bewohner. Haha. Gut. Nur noch 6 Wookies übrig. Aber wir haben auch ganz schön Schaden erlitten. Mal gucken. Vielleicht finden wir die. Jetzt sind es sogar nur noch 3. Oh, ich will den letzten Wookie töten. Pelzknoeul. Aber das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Stellen wir es mal einfach hier so hin und tun so, als würden wir dazugehören. Sieg. Und da ist sogar noch was kaputt gegangen. Da fliegt irgendwas Schwarzes runter. Irgendwelche Wrackteile. Na gut. Ja, dann war es das schon wieder für heute. Ich habe jetzt die 2 Folgen gemacht. Ich werde sie einzeln hochladen. Aber wie gesagt, habe ich aneinander gemacht. Ja, und vielleicht lade ich morgen noch andere Folgen hoch. Dann bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.